Die vormontierte Verteilerstation Danfoss Unoflor wurde für den Einsatz in Fußbodenheizungen von Mehrfamilienhäusern konzipiert. Als anschlussfertige Lösung soll sie den Installationszeitraum um rund anderthalb Stunden verkürzen. Drei verschiedene Ausführungen sind ab sofort verfügbar. Der FlexVent Schwimmerentlüfter von Flamco befreit Heizkörper kontinuierlich und vollautomatisch von eingeschlossener Luft. Damit gehören störende Anlagengeräusche der Vergangenheit an. Diese Alpha Innotec Monoplock Wärmepumpe ist eines der leisesten Modelle seiner Art. Die Produktneuheit baut auf der leistungsstarken und energiesparenden V-Line des Herstellers auf. Das neue Rollladensystem von TrueTex soll mit besonders guten Dämm-Eigenschaften überzeugen. Außerdem erfüllt es die Anforderungen an eine Einbruchhemmung der Klasse RC2. ACO Haustechnik hat den Schauerflor in der neuen Ausbaustufe mit einigen Detailverbesserungen ausgestattet. Eine wesentliche Neuerung besteht in dem integrierten Gefälle, das für einen besseren Wasserabfluss sorgen soll.